Hallo Leute, ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass wir jetzt gleich einen Livestream auf Twitch.de haben, und zwar von Starbound, ja. Und für die Leute, die unser Starbound-Listplay verfolgen, schaut auf den Livestream dabei, und falls ihr den verpassen solltet, dann wundert euch bitte nicht, falls in den nächsten Folgen ein paar Sachen anders sind und besser sind und wir aufgelevelter sind, etc. Genau. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt den Livestream machen, und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, eigentlich müsst ihr ja die Livestreams speichern, vielleicht braucht ihr auch irgendwie nur ein bisschen, vielleicht nicht. Keine Ahnung, was das ist, jedenfalls sehen wir uns gleich im Livestream wieder. Danke, dass ihr euch den anseht. Ciao.